einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu gönn dir was ein neuer monat sprich aufgebraucht im april zuerst möchte ich aber noch ein zwei fragen aus den kommentaren beantworten ich hinke ein bisschen hinterher mit allem und deswegen mache ich das ganz schnell auf diesem wege sabine für man fragte ob ich nicht mal ein video von meinem abo zeigen kann liebe sabine du hast das video von meinem club bestimmt schon gesehen und ich drehe monatlich ein video über das abo sprich die club bestellung also von daher vielleicht sollte ich die playlists verändern und das ein bisschen genau katalogisieren genau schreibt mir das mal in das video hier weil ich habe das ja alles unter duft videos laufen das ist die playlist vielleicht sollte ich die noch mal ein splitten was weiß ich wiff box club bestellung so dass man da noch ein paar kategorien hat aber sagt mir das mal hier schreibt mir das mal hier in dem video unter die kommentare ob ihr sowas haben wollt damit das für euch einfacher ist wenn ihr noch mal irgendwie was nachgucken wollt oder ob das ganz egal ist ja dann fragt mich klaus becker tag klaus schüttert immer toll auch wenn männer hier kommentieren er fragt mich wie ich vanilla mint finde vanilla mint wird definitiv wieder bei mir einziehen wenn du just breeze liebst wirst du auch vanilla mint da ist es tatsächlich so dass ist so toll ausbalanciert du riechst die frische von der minze gepaart mit der süßen vanille also das ist auch ein unfassbar gelungener duft hol ihn dir definitiv also ich kann mir nicht vorstellen dass du ihn nicht mögen wirst ich finde da persönlich jetzt auch nichts zu dominant also für mich ist das wirklich richtig ausbalanciert was 50 prozent minze drin und 50 prozent vanille aber eine süße vanille drin also der ist auch der ist der ist richtig gut ja dann hinke ich generell noch so ein bisschen hinterher mit kommentieren wie mit 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 videos drehen aber es geht im moment nicht anders ich muss auch noch so ein paar werke dinge machen im moment ist es ein bisschen schwierig so genug gequatscht ja halt wieder dreieinhalb minuten fast ich fange jetzt einfach mal an schnappt euch einen kaffee ich habe natürlich auch wieder kaffee hier und zwar einmal pink cotton handcreme ihr wisst dass ich die handcreme absolut liebe weil die sehr pflegend ist leicht parfümiert ist da das kann man nicht vergleichen wie mit einem wachsbar oder einem duschgel die ist wirklich leicht parfümiert aber mir geht es um den pflegenden aspekt dann habe ich einmal weichspüler in jammy time ihr wisst ja ich verbrauche dann unterschiedlich also waschmittel ist eher leer wie weichspüler weil ich halt in alle nicht in alles weichspüler reingebe zum beispiel meine handtücher und bettwäsche da könnte kein weichspüler rein weil das hätte ich gerne deswegen halt immer unterschiedlich so und dann einmal noch mal so ein zuckerpeeling auch noch mal in butter pecan davon hatte ich drei vier dosen ich weiß schon gar nicht mehr es ist ja ich habe schon ganz oft geschwärmt davon das ist so pflegend für die haut du musst dich danach wirklich nicht mehr ein creme und deine haut ist halt einfach extrem weich und zart so ich glaub das war ich weiß nicht wenn nicht ist ja auch egal fangen wir an banana berry habe ich euch schon gesagt das war aus der oster kollektion mit jelly beans jumping jelly bean und toasted marshmallow ich habe noch ein backup hier liegen aber es ist auch okay der der da weg ist so banane ist nicht so wirklich was und ich rieche da jetzt auch nicht so wirklich banane raus also keine ahnung ja okay da da aufgebraucht ist eine meiner neuen lieben coral waters unfassbar toll also so so was frisches frisches jetzt habe ich hier natürlich mal wieder kein katalog für die duftbeschreibung moment so ist es an ja da habe ich ihn jetzt wieder also coral waters nektarinenblüte pfingstrose und korallenwasser unter der frische kategorie und da gehört er auch wirklich hin der ist so interessant du riechst die frische du riechst aber auch das florale gepaart mit ein bisschen süß aber das frische steht im vordergrund und der florale ton kombiniert mit diesem frisch ähm macht den unfassbar interessant also auf jeden fall für mich und coral waters ähm äh ist auch wirklich ein powerhouse auf jeden fall für mich den nehme ich extrem lange wahr der ist einfach lecker ja pima cotton ist ja einer dieser frische wäschedüfte performt auch super aber ich bin immer noch hier clothesline und clean breeze pima cotton ist die ähm ja ich sag jetzt mal die sanfte schwester dazu stich experiment 626 ok ja der ist aber wieder aus meinem club raus geflogen aus meinem abo ja der ist nicht nicht schlecht ne das habe ich ja schon gesagt aber stich hat mich jetzt auch nicht so vom hocker gehauen ähm dass ich den unbedingt im club lassen muss ich finde da gibt es genügend identische oder die dem ähneln stich ist wieder raus einmal pots in jammy time aufgebraucht für mein sensi go im auto ja hier ist nix mehr drin den hatte ich jetzt eeewigkeiten im go drin eeewigkeiten und äh also grad jammy time performt ja wahnsinnig gut und sowas von lange und ihr wisst ja jammy time und ich wir sind best friends bekloppt ne aber ist so dumbo zirkusparade der ist ja in meinem club wird da ja auch für immer bleiben die stammzuschauer wissen das äh ja frisch also ähm ja ne süß frisch fruchtig ne nicht frisch fruchtig fruchtig ist das richtige stichwort und ich war ja so geschockt äh als der jetzt ähm im februar rausgeflogen ist weil ich mir nicht vorstellen kann und ähm mich frage warum mir ist es egal er ist im club ich hab ihn äh ich hatte ihn zweimal im club ähm ich hab die anzahl hu ähm aber jetzt auf eins reduziert weil ich hab einige back ups und ähm ja ne ich hab eh platzprobleme trotz neuer kommode kann ich euch sagen äh ja das video könnt ihr auch noch irgendwann und ähm irgendwas wollte ich noch sagen ach ja ich hab ganz viele von euch gehabt und fand ich total klasse ähm ihr kennt ja äh das drama mit star wars mandalorian den hab ich ja in einem anflug von wahn aus meinem club geschmissen ich weiß bis heute nicht warum und ganz viele haben mir geschrieben entweder in den kommentaren oder per e mail insta whatsapp er kommt wieder du kannst ihn wieder in deinen club packen hahaha lieben lieben dank das werde ich auch tun ne also ähm er wandert wieder in meinen club und dann ja der geht da auch nie mehr raus wie gesagt ich hab keine ahnung warum ich das damals gemacht hab aber gut ist das so bora bora blossom den finde ich auch ähm richtig schön äh floral ähm und der ist auch wirklich stark also bora bora blossom nehm ich tatsächlich auch sehr lange wahr das ist ja bei also blumig und ich das ist ja auch manchmal schwierig wenn das so extrem in die pudrige richtung geht dann hab ich da huddel mit aber bora bora blossom inselfrüchte äh orchidee und feilchenblatt ähm und ich finde den ein bisschen süßlich also die blumige note ist natürlich absolut dominant aber aber ein bisschen süße und ähm ein bisschen zittrig ist der auch für mich ob das stimmt kann ich ja weiß ich ja nicht ne das ist halt meine nase aber den finde ich wirklich toll ich baue hier wieder 10er türmchen dann habe ich es einfacher Toasted Marshmallow ist ja auch im Club genauso wie Jumpin' Jelly nee Jelly Jumpin' Bean was weiß ich hier den Jelly Bean den superschönen ähm ja und Toasted Marshmallow ist wirklich ein buttriger getoasteter Toast mit einem süßen Karamell und für alle Food-Nasen ähm must have weil dann auch nicht so äh manchmal riecht das dieses Karamell ja wirklich wenn dann ein extrem dunkles ist so total verbrannt also zumindestens für meine Nase und das ist mir dann zu stark und ja nicht süß genug und ähm aber Toasted Marshmallow deswegen auch im Club ja ein Klassiker Pinkhaze ich kann immer noch nicht auswendig ähm der läuft unterblumig warum weiß ich nicht da sind Beeren drin Nektarinen Schlagsahne in einer Marshmallow äh im Marshmallow Fondant ich weiß nicht warum der unter Blumig läuft wahrscheinlich wegen den Beeren äh Blumig ist hier gar nichts du riechst tatsächlich die Beeren raus aber halt alles richtig schön süß und dekadent und ähm ja Pinkhaze ist nicht ohne Grund auch ein Bestseller und äh ich hoffe der wird auch bleiben Summer Sunshine also ähm wo bist du hallo manchmal verschwinden die einfach ja unterfruchtig Ananas Kokosnuss und Mandarine für mich ist da die Kokosnuss total dominant Ananas rieche ich wenig und Mandarine schon gar nicht ich glaube ich habe noch ein Backup ich weiß es jetzt nicht aber ja es ist okay aber das gehört jetzt auch nicht zu meinen Favoriten und ich fand den ich fand den lasch ich denke viele von euch finden den richtig krachig aber ich fand den lasch Apfel und Petersilie aus der Gartenkollektion habe ich ja auch schon ganz viel von geschwärmt wir haben oh ein schöner Apfelduft wirklich schöner Apfelduft und ähm auch tatsächlich rieche ich was Krautiges aber ich könnte jetzt nicht sagen äh dass das jetzt Petersilie ist aber der ist trotzdem schön und ähm der ist ja auch weiterhin in meinem Club ich glaube im zweiten nee im ersten oh was weiß ich ich bin ja Vanilla Waves da muss ich nicht mehr viel zu sagen der riecht für mich wie so ein Waffel Eishörnchen oh für alle Vanilleliebhaber gute süße Vanille Vanilla Waves auch super zum mischen ne was weiß ich wenn man einen äh einen fruchtigen äh eine fruchtige Duftrichtung hat und das ist irgendwie zu fruchtig Vanilla Waves mit rein das holt das Ganze nochmal ein bisschen runter und ach aber auch pur Vanilla Waves und auch ein Powerhouse definitiv für mich ja ich 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 mag eigentlich ja 90% von all diesen Düften außer mit blumig mit blumig und extrem würzig hab ich echt ein Problem aber ansonsten ja sweet pie und Vanilla oder sweet pea und Vanilla da wo war das unter blumig himbeeren vanille und duft wicke das ist auch ein schöner weicher duft ähm auch süß durch die Vanille aber du riechst halt auch die florale Note aber da das die florale Note finde ich persönlich jetzt nicht so extrem dominant deswegen mag ich äh den hier ähm weil er weich ist ne der haut dir nicht direkt eine vor den Kopf in blumig so hier sechs acht zehn oh einmal noch duschgel in pink cotton das wisst ihr auch ich liebe die duschgele weil die a pflegend sind und du riechst halt lecker wir sprachen eben von just breeze mein all time favorite wenn ich richtig durchatmen will wie frischer Wind in die wohnung bringen fenster aufgerubt fenster wieder zu just breeze rein oh mein gott den lieb ich lieb ich lieb ich aber das wisst ihr ja ich kann das immer noch nicht auswendig ähm unter der frischen kategorie eukalyptus zitrone und minze aber in einer unfassbaren kombination und balance ähm eukalyptus überhaupt nicht dominant zitrone kommt raus minze kommt raus ähm aber alles in dem gleichgewicht und deswegen ähm liebe ich das ich hab mir jetzt auch äh für die april prämien und dann möchte genau möchte ich mal wissen ob jemand von euch dieses öl schon hat das neue äh sweet äh eukalyptus lime das hat sich für mich ähm extrem äh interessant angehört wenn das von euch schon mal jemand hatte oder hat kann er mir gerne mal hier unter das video schreiben ähm wie der für euch so performt wie ihr den findet so den machen wir aber hier weiter äh äh moana spirit of äh motuni ist auch wieder raus aus dem club da ist irgendwas drin was nicht so schön für meine nase ist ähm ähm also club passt auf generell wenn solche düfte kommen bestelle ich mir die regulär und schmeiß mir die sofort in den club ähm weil oft ist das so dann sind die ausverkauft äh direkt bevor ich die schon hier habe und wenn mir dann einer gefallen würde ja dann kann ich ihn nicht mehr in den club tun und käme dann halt nie mehr dran deswegen äh mach ich das mit solchen sachen so ich bestelle und schmeiß sofort in den club und wenn ich den dann habe und äh ja der mir nicht gefällt dann schmeiß ich ihn eben aus dem club wieder raus ja oh gott schon wieder 22 minuten ja der ist wie gesagt irgendwas ich glaube da war Gurke drin oder sowas ich weiß nicht mehr nein ich bin froh da der weg ist oh noch was körperspray in schimmer und die flaschen die hebe ich mir immer auf weil die einen wunderbaren sprühkopf haben und das kann ich hier zum werkeln arbeite ich ja teilweise auch extrem viel mit mit wasser und so ähm perfekt also hochwertige pumpköpfe mit einem feinen sprühnebel wunderbar und das hier hat auch ewig gedauert ähm bis ich das äh verdingsbumst hatte weil dann auch extrem ergiebig ist durch diesen feinen sprühnebel ja so deswegen die flasche kommt da hin genauso hebe ich mir auch die dosen immer auf die dosen immer auf weil ich die auch äh zum werkeln ziemlich toll finde amazon rain geht immer und dann wisst ihr auch den konnte ich ganz ganz lange nicht mehr riechen das war mir so widerlich und irgendwann habe ich ihm nochmal eine Chance gegeben und jetzt liebe ich ihn und amazon rain melone orangenschale kokosmilch und jasmin und ich habe ganz viele äh dürfte aus der kategorie frisch be fabulous auch ein schöner zitrischer duft ähm limoncello rosa grapefruit und gezuckerter moschus ach ja das ist ein schöner zitrischer duft süßlich aber im hintergrund ähm nimmst du halt diesen ja ich könnte jetzt nicht sagen okay das hier ist moschus ähm aber du nimmst irgendwas mit er dich er dich ist falsch ausgedrückt sondern eher was dunkles im hintergrund war war das ganze aber harmonisiert also wie fabulous ist auch toll und überall wo moschus ember sandelholz zedernholz äh drin ist äh hallo hier bin ich kirschlimonade kirschlimonade wirklich limonade mit kirschgeschmack den finde ich gut für einen tag dann ist vorbei mit kirschlimonade nehm ich so gut wie nicht nix mehr war mhm und ich finde also für mich er riecht dann irgendwie komisch und wie gesagt da ist dann nix mehr mit äh limo aber ich verdüftel den ich habe auch noch einige back ups weil der für einen tag wirklich wirklich nach kirschlimo schmeckt äh riecht nix mehr riecht riecht oh ne Jetzt wollte ich schon Dumbo sagen. Wie heißt denn? Winnie Pooh. Den Duft lieb ich sehr, Winnie Pooh habe ich... als Kind schon nicht gemocht. Die Stimme von Winnie Pooh, das macht mich aggressiv. Da kriege ich Puls. Ich mag Winnie Pooh nicht. Bitte keine Hater-Kommentare. Aber, ne. Winnie Pooh geht gar nicht. Schweinchen, Tiger, IA, alles kein Thema. Aber Winnie Pooh, no. Ja, und 100 Arcwood. Also finde ich als Disney-Duft jetzt auch für Kinder ein bisschen untypisch, weil der nicht so fruchtig ist. Und das ist aber auch das, was mir gefällt. Da sind Baumwollblüten, Jasmin und Vanille drin. Und Baumwollblüten nimmst du wirklich gut raus und auch eine florale Note gepaart mit was Süßem. Also. Ja. Winnie Pooh, der Duft ist toll. Ja. Nochmal. Coral Waters. Habe ich im April verdüftelt wie blöd, weil... Toll. Na. Ich gehe gleich runter. Blueberry Cheesecake. Oh. Das ist so ein Powerhouse. Dekadenter Duft. Leider habe ich ihn nicht mehr im Club und ja, habe eine ganz liebe Abonnentin, die dafür stirbt. Ja. Ich habe ihr meine letzten Backups, da habe ich mich von getrennt. Also nicht die letzten. Ich habe glaube ich noch zwei. Ein oder zwei Bars. Ich weiß es nicht mehr. Spiel doch keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich ihr was davon abgegeben, weil sie den so unfassbar toll findet, den auch nicht im Club hat und auch nicht mehr drankommt. Ja. Und ich habe so viele Düfte. Da bin ich dann halt auch nicht so... Also dass ich da krampfhaft festhalte an irgendetwas und nicht hergebe, weil... Warum? Ne. Ich habe genügend... Genügend anderes. Ach ja. Und wenn weg, dann weg. Er wird irgendwann nochmal wiederkommen und... Ja. Aber vielleicht mag ich ihn dann gar nicht mehr. Wer weiß dann schon. Naja. Wie gesagt. Welcome home. Ja. Habe ich tatsächlich im April verdüftelt. Weil wir hier auch Tage drin hatten, wo eigentlich Herbst war. Und welcome home. Da habe ich jetzt leider auch kein Backup mehr und nichts. den fand ich ja am Anfang gar nicht so gut. Bis ich ihn... Och. Bis ich ihn gedüftet habe. So im Kaltschnuppern war das so... Aber der ist schön. Der ist so schön. Der ist zwar auch würzig, aber... Mh... Süßwürzig. Und ich liebe Welcome home. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, das war das letzte. Ähm... Der füllt den Raum so schön. Mit so einem angenehmen, süßlichen, würzigen Duft. Ich weiß ja nicht, ob da auch Pflaume drin war. Keine Ahnung. Also Welcome home war auch wirklich schön. Oh boy. Von Mickey Mouse. Den feiere ich auch. Also ähm... Da ist saftige Grapefruit, frische Mandarine und gezuckerte Vanille drin. Finde ich richtig klasse. Und äh... Performt auch gut. Also oh boy. Tipptopp. Oh Gott. Hier hatte ich noch... Aus dem Herbst... Apple Cherry Strudel. Ja, man muss ja auch mal, ne? Der war auch schön. Da hat ja äh... Die Kirsche war sehr dominant. Dann kam der Apfel. Das war irgendwie nach einem Tag weg. Und dann kam... Und dann kam... Ja, das Bäckerei. Der Strudel kam dann. War auch schön. Mir fällt das heute immer wieder runter hier. Ah... Totally Mini. Totally Mini. Von Clemshell erschlagen. Totally Mini finde ich auch gut. Rosa Melone, Hibiskusblüten und saftiger Apfel. Und die unterscheiden sich total. Die zwei. Und das finde ich gut. Ähm... Eine richtig schöne Kombination ist Mini. Und ähm... Micky ist mehr... Mehr süßlich. Mini finde ich mehr fruchtig. Also... Aber beide wirklich toll. Ich kam jetzt schon auf die wahnwitzige Idee. Ob ich nicht von den Disney Clemshells mir die Cover abschneiden soll. Für zu sammeln. Das habe ich aber dann ganz schnell wieder verworfen. Weil... Nein. Nein. Macht das jemand von euch? Könnt ihr mir ja mal sagen. Pink Sugarberry Mint. Ich weiß. Das ist von ganz ganz vielen. Ein großer Favorit. Genauso auch von mir. Das war ja der Duft des Monats. Ähm... März. Unfassbar, was die da kreiert haben. Der ist auch in meinem Club. Und der wird ja auch drin bleiben. Frisch. Aber auch süß. Richtig schön süß. Aber jetzt nicht so dumpf süß. Wie... Äh... Keine Ahnung. Viel Vanille oder sowas. Wie diese Bäckerei Düfte. Sondern gepaart durch die Minze. Die man aber wenig wahrnimmt. Also das ist so ein leichter frische Kick. Aber dann kommt... Bäm! Dieses... Süße... Ihr wisst ja selber. Ne? Die, die den Duft haben. Also... Pink Sugarberry Mint. Lecker! Paradise Punch. Ähm... 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 Wo ist er? Ah, hier. Orange, Zitronensaft, Acai-Beeren und Sternenfrucht. Der ist wirklich schön. Und da habe ich am Anfang gedacht... Oh... Der wird bestimmt nicht gut performen. Fehler. Also Paradise Punch ist durchaus sehr, sehr gut wahrnehmbar. Und ähm... Also ich finde den schön. Da habe ich glaube ich auch noch ein oder zwei Backups. Mein Schätzchen-Forever, Lemon Verbena, ganz oft schon gesagt. Eine... So fantastische, ausgewogene Kombination zwischen Zitrone und Eisenkraut. Lecker! Also Lemon Verbena, der frische Kick. Genauso wie Just Breeze. Aber Just Breeze ist halt mehr äh... Ähm... 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 Und auch durch den Eukalyptus. Und hier halt, äh... Zitrone und Eisenkraut. Fantastisch. Als Badreiniger... Uh... Kann ich gar nicht haben. Aber als Wachsbar... Boah... Liebe ich... Und da habe ich... Also da sorge ich auch, genauso wie bei Jemmy Time, immer dafür, dass ich genügend Backups habe. Marvel. Nein, Realms. Oh, was weiß ich. Marvel. Habe ich kaum wahrgenommen, aber das habe ich schon mal gesagt. Limettenschale, blauer Tee, Lavendelblitzen. Trotz Lavendelblitzen, also kaum wahrnehmbar für mich. So, noch drei Stück, ihr Lieben, dann seid ihr wieder befreit. Duft des Monats Mai. Den habe ich vorher schon bekommen. Palm Trees and Ocean Breeze. Allein der Name ist schon Programm. Die Wachsfarbe ist Programm. Er wird des Öfteren hier bei mir einziehen, weil aquatisch, frisch, tropisch, ähm... Boah. Den kann ich mir extrem gut bei 85 Grad im Schatten vorstellen. Wenn hier richtig Sommer wird. Yes. Oh. Mickey Mouse and Friends. Ihr seht, Disney war diesen Monat angesagt. Ähm... Ja... Pfirsich, Orangenschale, Vanille. Ja. Also... Habe ich gar nicht gezeigt, ne? Mh... Der, genauso wie Marvel, finde ich von der... Von der Duftabgabe her ziemlich schwach. Ähm... Oh Boy und Totally Mini, genauso wie Hundred Arc Wood, Winnie Pooh, finde ich extrem gut. Aber die beiden... So, der letzte. Und dann sei da... Oder auch nicht. Sei da wieder befreit. Also, jetzt fällt hier aber alles. Strawberry Bezel aus der Gartenkollektion. Das hier war das Klemmschel, wo ich eigentlich nichts wahrgenommen habe. Und das hat sich auch nicht verändert, während das Düft. Oh, ich weiß nicht, ob ihr da piepen hört. Meine Waschmaschine ist fertig. Ähm... Zweimal gedüftelt, weil ich jedes Mal vier Cubes reinhauen musste und, ähm... Noch nichts gerochen habe. Aber ich hab ja... Habt ihr ja gesehen, in meinem Club-Abo habe ich ja neu bestellt und, äh... Der performt ganz anders. So. Ist ja doch mehr gewesen, wie ich gedacht habe, im April. Oh no. Ist auch schnell gezählt. 31 Bars. Das schreibe ich mir wieder auf. Im März waren es 45. So, April. Ich find das spannend. Ja. Ach so. Ich bin auch noch gefragt worden, ob ich nicht, äh... ein Video drehen kann. Ein monatliches. Über meine 10 Lieblings-Düfte. 10 oder 20 Lieblings-Düfte. Leute, das ist so schwer. Ähm... Das ist so schwer. Weil das wechselt. Ich hab ein paar Bestands-Lieblinge. Aber da könnt immer wieder was hinzu. Monatlich. Und, ähm... Ich weiß doch nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ähm... Sehr, sehr schwierig. Ne? Aber steht auf meiner Liste. Oh, 50 Minuten. So. Jetzt ist es aber weg. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Video. Ciao.